Allah sagt im Koran Und nähert euch nicht der Unzucht, gewiss, sie ist etwas Abscheuliches und wie böse ist der Weg. Nähert euch nicht der Unzucht, sie ist eine Abscheulich-Tat. Allah bezeichnet sie als etwas Abscheuliches. Dieser Weg wird böse entfällt. Wenn du diesen Weg einschlägst, wird er dich zu einem bösen Ende führen. Dieser Weg führt dich niemals zu einem guten Ende. ولا تقرب الزنى Nähert euch nicht der Unzucht. Zinnah kann geschehen, wenn jemand verheiratet ist oder Single ist. Lediglich die Strafe für den Verheirateten ist höher als für den Alleinstehenden. Aber in beiden Fällen ist es eine große Sünde. Doch wenn man in diesem Leben bereut, so wird Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen vergeben. Doch wenn man nicht bereut und während dieser Tat stirbt, dann ist die Strafe grauenhaft. Das ist eine Warnung von Allah. Damit wir unsere Reinheit bewahren, damit wir unsere Moral bewahren, damit wir unsere Familie, unsere Gemeinschaft und die Gesellschaft davor bewahren. Der Islam ist eine umfassende Lösung. Der Muslim passt in dieses System hinein. Er kümmert sich um die Gesellschaft. Ob jung oder alt. Um jedermann. Wir wiederum leben heutzutage in einer Gesellschaft, in welcher sich alles um das Individuum dreht. Es geht nur ums Ich, Mich und Meins. Die Folgen könnt ihr sehen. Der Egoismus ist unantastbar. Der Egoismus ist heilig. Einige Menschen vermuten, nähert euch Sinner nicht, würde bedeuten, man kann miteinander ausgehen, Zeit verbringen, man kann schmusen. Man darf nur keinen Geschlechtsverkehr haben. Das denken einige. Sie denken, Allah habe das gesagt. Aber wenn man den Vers analysiert, merkt man, dass Allah nicht gesagt hat, begeht kein Sinner. Allah sagt, kommt Sinner nicht nahe. Es gibt einen Unterschied darin, ob man etwas begeht oder sich einer Sache nähert. Manchmal, wenn eine Gefahr besteht, werden Zäune errichtet. Diese Zäune werden weit vor der Gefahrenstelle angebrochen. Es gibt Warnschilder. Und bei großer Gefahr werden Straßen gesperrt und kein Weg führt zur Gefahrenstelle. Je näher man kommt, umso gefährlicher wird es. Nähere dich nicht. Ein Blick bedeutet, sich zu nähern. Eine Berührung bedeutet, sich zu nähern. Ein nettes Wort in Abgeschiedenheit bedeutet, sich zu nähern. Eine Telefonnummer, ein Kuss, eine Umarmung. Mit all diesen Dingen nähert man sich Sinner. Allah sagt, nähert euch nicht der Unzucht. Denn wenn du dich näherst, bist du auf dem Weg. Und wenn du diesen Weg beschreitest, werden dich deine Verlangen überkommen. Sie werden dich in Versuchung führen. Sie werden dich nötigen. Warum fällt es also einem Menschen so schwer, damit aufzuhören? Warum geht man weiter und immer weiter? Warum funktioniert es nicht, wenn wir uns sagen, ich werde nur so weit gehen? Ich werde nicht aufs Ganze gehen. Und plötzlich findet man sich inmitten des Problems wieder. Warum passieren den Menschen solche Dinge? Es ist die Natur des Menschen. So funktioniert die menschliche Psychologie. Allah hat den Menschen so erschaffen. Und er, subhanahu wa ta'ala, weiß am besten über ihn Bescheid. Daher sagt Allah, Und nähert euch nicht.